Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von Fortnite. Heute werde ich euch die ganzen Lösungen der Astronomical Challenges zeigen. Das sind die Challenges zum Travis Scott Event, wo wir auch einen kostenlosen Ladebildschirm, einen kostenlosen Spray, einen Banner und ein Emote freischalten können. Und ich werde euch auch noch zeigen, was heute alles mit dem Update neu im Game drin ist. Ist tatsächlich nur alles mit Travis Scott, also wir haben sonst nichts irgendwie Story relevantes für die Main Story von der Season. Das heißt, geht wirklich rein um Travis Scott dieses Video und generell das Update war nur über Travis Scott. Und ich würde mal sagen, wir beginnen mit der ersten Challenge und zwar muss man für 10 Sekunden an einem Tanzfloor tanzen. Da befindet sich der eine einmal bei der Yacht, dort auf der zweiten Etage glaube ich, ziemlich in der Mitte der Yacht oder beim Après-Ski und das ist hier südlich von Misty Meadows bei dem Berg. Da sind auch so ein paar Scheinwerfer im Haus dran, das heißt sollte man nicht übersehen können. Und bei einem von den beiden muss man eben halt insgesamt 10 Sekunden tanzen, muss glaube ich nicht in einer Runde sein. Und man kann rein theoretisch auch 5 Sekunden bei Après-Ski tanzen und 5 Sekunden bei der Yacht. Das heißt, man muss das wirklich auch nicht mehr am Stück machen, zumindest so wie es in den Challenges steht. Ansonsten hätten wir das einfach falsch formuliert. Da muss man als nächstes bei diesen riesen Astro-Heads abbouncen. Die sind jetzt auch neu mit dem Update reingekommen, sind im Prinzip so wie Luftkisten, das heißt wenn man dagegen springt, dann wird man einfach zurückgebounced. Und dann muss man noch als dritte Challenge die Stage nördlich von 30 Cents, also die Bühne nördlich von 30 Cents besuchen. Generell die beiden Challenges befinden sich hier nördlich von 30 Cents, hier rund um die Absturzstelle rum. Und hier neben der Absturzstelle ist dann eben halt auch die Bühne, sowie natürlich der erste Astro-Head, hier einfach einmal gegenspringen. Dann befindet sich der zweite da hinten auf dem Berg bei 30 Cents. Dann respawne ich noch einmal, dann kann ich euch nämlich die drei anderen Köpfe noch besser zeigen. Und der nächste befindet sich dann nochmal an dieser Klippe dort. Dann befindet sich ein weiterer auf der anderen Seite von 30 Cents und dann noch da oben an dieser Seite von diesem Artsy oder dieser Lagune, die hier ja im Prinzip schon richtig ist. Und es schauen tatsächlich alle diese Köpfe auf den Punkt da unten. Und ich denke mal, dadurch, dass der so eine schwimmende Bühne ist, dass die dann später zum Live-Event da noch hingeschoben wird. Die hat auch mehrere Stages, also ich denke mal, dass tatsächlich morgen dann die zweite Stage gemacht wird. Und am Donnerstag, wenn das Live-Event dann richtig startet, ist dann die letzte Stage da. Auf jeden Fall sieht das Ganze erstmal so aus. Dann kann ich euch natürlich auch noch die anderen Stages zeigen. Und zwar ist das einmal dieser Stage. Und da verändert sich jetzt nicht so viel. Und dann natürlich nochmal die weitere Stage. Also ich glaube, das andere ist sogar die oder das hier. Also eine von den beiden ist auf jeden Fall die jetzige Stage. Und dann haben wir eben halt noch die ganz finale Stage. Und das ist die hier. Eigentlich nichts Besonderes. Fast genauso gleich wie bei der Marshmallow-Bühne. Also wirklich nichts allzu Besonderes. Außer immer, dass diesmal tatsächlich auf dem Wasser schwimmt. Und das sieht man auch, wenn man da drunter guckt. Denn da sind auch solche kleinen Fester drin, die das eben mal drunter halten. Denn die ganzen anderen Bühnenteile stehen da tatsächlich auch schon alle rum. Das heißt, alles ist eigentlich vorbereitet. Muss dann jetzt eben halt in den nächsten Tagen nur noch zusammengebaut werden. Und dann zeige ich euch nochmal die ganzen Items. Die jetzt wahrscheinlich morgen eben halt reinkommen werden. Oder eben halt über die nächsten Tage. Das ist dann einmal das Banner. Das bekommen wir immer kostenlos. Dann einmal das Cactus Jack Backpack. Das bekommen wir zum Astro Jack Skin. Dann haben wir Scarlet Satchel zum Rue Skin. Ist glaube ich tatsächlich gar nicht jetzt beim Travis Scott Event. Also hat nichts mit dem Travis Scott Event selbst zu tun. Dann haben wir noch den Astro World Backbling. Ich glaube der ist zum Travis Scott Skin. Oder Astro World ist zum Astro Jack Skin. Und Cactus Jack ist zum Travis Scott Skin. Irgendwie so. Dann haben wir noch den Headbanger Emote. Die Diamond Jack Spitzhacke. Dann die Thorn Spitzhacke. Gehört zum Rue Skin. Dann haben wir hier noch Goosebumps als Lackierung. Den Rage Emote. Den bekommen wir auch kostenlos. Astro World Cycling bekommt man. Wenn man dann beim Live Event. Also an einem der fünf Termine teilnimmt. Und dort einfach sich einmal das Konzert anhört. Und dann haben wir hier unten noch das eine Spray. Das bekommt man glaube ich am 22. April. Also morgen im Livestream von der Twitch Con. Oder von irgendeinem Twitch Event. Von irgendeinem Twitch Fortnite Event. Da wenn man einfach zuschaut. Dann bekommt man das irgendwie. Haben die gestern auch. Oder hat Cypher PK glaube ich angekündigt. Dass da nochmal irgendetwas stattfindet. Weiß ich aber noch nichts wirklich genaueres drüber. Auf jeden Fall haben wir hier auch wieder ein paar Sets. Die wir halten werden. Und zwar ist das erste Set. Einmal das hier. Dort eben halt einmal Travis Scott. Mit seinen zwei Stilen. Die er dann haben wird. Und dann Astro Jack. Der auch tatsächlich insgesamt drei Stile hat. Nämlich einmal den hier vorne. Dann hat er noch den Stil. Und dann hier den Stil. Ohne diese Augen glaube ich drauf. Und hier sieht man tatsächlich auch die alte Fortnite Karte. Beziehungsweise auf der Rückseite des Kopfes sieht man glaube ich die alte Fortnite Karte. Ich denke mal aber, dass das nichts zu tun hat. Es soll eben halt also wirklich nichts damit zu tun hat. Dass demnächst irgendwie die alte Karte zurückkommen wird. Oder so keine Ahnung. Ich denke mal es werden wieder viele behaupten, dass es so sein soll. Aber ich denke mal es soll einfach nur ein reiner Globus sein. Und es sieht eben halt doof aus, wenn tatsächlich nur eine einzige Fortnite Map da drauf. Wenn dann wäre eben halt die andere Seite ganz ganz leer. Deshalb denke ich einfach, dass die keinen richtigen Globus. Also nicht den der reellen Welt nehmen wollten. Sondern einfach dann eben halt die zwei Fortnite Karten. Wie gesagt, denke ich mal hat nichts irgendwie mit der alten Fortnite Map letztendlich zu tun. Und dann bekommt man noch als zweites oder kann man noch als zweites die Diamond Jack Spitzhacke als Bundle mit dem Headbanger Emote bekommen. Und das war soweit eigentlich alles was neu ist. Wie gesagt, war ja nicht viel was reingekommen ist. Ich hoffe, ich habe dieses Video auf jeden Fall gefallen. Lasst eine Bewertung da. Außerdem abonniert natürlich gerne den Kanal, wenn ihr es noch nicht getan habt. Dann helft ihr mir auch natürlich auch auf dem Weg zu den Tausendomonenten. Würde mich auf jeden Fall extrem freuen. Und ich hoffe, wir sehen uns dann gleich auch noch im Stream wieder. Wir werden heute wieder versuchen, das Duo Test-Team zu zocken. Dort wird wahrscheinlich morgen dann auch ein Video zukommen. Beziehungsweise zum Daily Cup. Ich muss dann schauen, wann ich die ganzen Highlight-Videos hochlade. Ich habe zur Zeit relativ viel Stuff, was ich noch hochladen kann. Auf jeden Fall werden wir gleich erstmal natürlich den Daily Cup noch zocken. Ein bisschen ist jetzt nicht mehr ganz so lange, wie der dauert. Aber wir werden auf jeden Fall unser Bestes nochmal dort geben. Würde mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr dort den ersten Link in der Videobeschreibung auscheckt. Dann kommt ihr da hin und lasst natürlich auch ein Follow da. Und ich hoffe, wir sehen uns dann dort oder im nächsten Video wieder. Bis dahin. Ciao.